Heute ist Samstag, der 19. Oktober 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Heute wird es bei uns riesig, denn wir öffnen ein Kinder-Joy-Ei der neuen Jurassic Park Serie. Und vielleicht habt ihr letzten Sonntag mein großes Sonntagsvideo gesehen über die Rieseneier Jurassic World. Da gibt es nämlich tatsächlich solche riesigen Jurassic World Figuren im Riesenei für Jungen. 2024, Weihnachten. Schaut in unsere Playlist, das ist das Video vom Sonntag. Passend dazu öffnen wir natürlich heute ein ganz neues Kinder-Joy-Ei der Jurassic World Serie für heute Samstag, den 19. Oktober. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Wir sehen uns dann morgen hier wieder bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Seid auch morgen wieder mit dabei, jeden Tag ab 10 Uhr hier bei YouTube auf unserem Kanal. Und verpasst natürlich nicht die Rieseneier Jurassic World, wie gesagt, in unserer Playliste vom Sonntag. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Gute. Bis morgen. Macht's gut. Euer Stefan.